Hallo Rhino-Freunde, hier ist wieder mal der Klaus mit einem neuen Video. Dieses Mal habe ich ein Video gesehen auf YouTube, da hat jemand ein Lüfterblech, auch Kiemenblech genannt, konstruiert und anschließend mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Die Konstruktion erfolgte mit dem Programm FreeCut, das fand ich zum Teil etwas umständlich. Mal schauen, ob ich das mit Rhino besser konstruieren kann. Aber mir geht es weniger um dieses Blech, sondern mir geht es darum, wieder ein paar neue Funktionen zu zeigen und ein paar Tricks. Also, dann lasst uns mal anfangen. Ich lösche das zuerst mal. Und dann kann ich euch gleich zeigen, ich habe hier auf der rechten Seite die Ebenen umbenannt, Heli als Hilfslinien-Ebene, das Grundblech, die Kiemen, das sind diese Erhöhungen und einen Abzugkörper. Jetzt mache ich mal erst das Grundblech hier. Ich habe natürlich vorher schon ein bisschen ausprobiert und weiß ungefähr die Größe, die ich brauche. Das wird jetzt 110 x 110 mm groß, dieses Grundblech. Fangen wir an bei minus 55, minus 55, also der x- und y-Wert minus 55 und jetzt kommen die Pluswerte, 55, 55 und schon haben wir unser Quadrat mit 110 mm Seitenlänge. Das runden wir jetzt ab mit einem Radius von 6 mm, also Kurve, nicht Kurven verrunden. Bei Kurven verrunden verrundet man immer nur eine Kurve. Wir nehmen Eckpunkte verrunden, da können wir das ganze Quadrat markieren und alle Eckpunkte auf einmal, mit dem Radius 6 zum Beispiel, verrunden so. Jetzt mache ich mir gleich hier die Kreise rein für diese Befestigungslöcher und da kommt schon der erste Trick, den ich zeigen will. Da gehe ich auf das Zentrum von diesem Radius, also muss ich hier unten den Objektfang Zentrum anklicken. Das mache ich mit der rechten Maustaste, weil dann ist nur Zentrum angeklickt und alle anderen werden gelöscht. Dieses Knoten zum Beispiel wird dann gelöscht. Schaut mal, so, wenn ich das mit der linken Maustaste mache, dann kann ich mehrere Objektfänge gleichzeitig anklicken. Mit der rechten Maustaste geht immer nur eins. Wunderbar. Man sieht auch schon, es wählt jetzt hier das Zentrum, wenn ich hier in die Nähe des Radius komme. Also, Kreismitte und den Durchmesser habe ich schon voreingegeben, 3,4 mm. Jetzt kann ich das viermal machen, kann das aber auch transformieren. Kopieren. Das Objekt auswählen. Den Startpunkt, das ist das Zentrum des Radiuses. So, jetzt habe ich die Linien fertig und daraus mache ich jetzt meinen Volumenkörper, also dieses Blech. Indem ich das markiere und sage, Volumenkörper, planare Kurve, extrudieren, gerade. Und zwei Millimeter. So, es ist jetzt zwei Millimeter dick. Schauen wir mal hier. Die vorigen Kurven, die jetzt noch markiert sind, kann ich löschen. Dann bleibt mir nur das Blech über. Und das markiere ich jetzt und schiebe es in die Ebene Grundblech. Indem ich hier unten auf Standard klicke und jetzt auf Grundblech. Und schon sehen wir, hat sich die Farbe geändert und es ist in der Ebene Grundblech. Die kann ich jetzt ausblenden hier. Jetzt habe ich wieder alles frei. Jetzt mache ich die Kiemen. Also jetzt konstruiere ich dann die Kiemen mit Linie, also Polylinie. Ich fange mal hier an bei Minus 2 bis Plus 2 und jetzt gehe ich auf den Modus M Return Bogen. Das seht man hier oben. Modus Bogen. Da muss ich auf M gehen, Return machen, dann bin ich im Modus Bogen. So, ein 6 Millimeter Bogen. Jetzt wieder auf M Return. Jetzt habe ich wieder den Modus Linie. Wieder M Return Modus Bogen. M Return Modus Linie. So, jetzt ist die Linie fertig. Jetzt möchte ich in der Materialstärke von 2 Millimeter eine zweite Linie innen anlegen. Das geht mit Kurve, Versatz, Parallelkurve. Das gebe ich 1, 2 und wähle die Richtung. Jetzt habe ich die Parallelkurve in 2 Millimeter Abstand. Normalerweise mache ich das mit meiner Funktionstaste F4, denn auf die Funktionstaste F4 habe ich diesen Befehl gelegt. Das könnt ihr nachsehen in einem meiner anderen Videos, da habe ich das gezeigt. Diese Kurve schließe ich jetzt. Dann gehe ich jetzt auf den Fangmodus End mit der rechten Maustaste natürlich wieder. und mache hier die Linien und schließe den Bogen. Und das verbinde ich jetzt, dass ich da eine geschlossene Linie habe. Wenn ich die anklicke, sieht man, es ist eine geschlossene Linie. Wunderbar. Und jetzt brauche ich noch eine Linie, nach der ich diesen Bogen hier extrudieren kann. Dann gehe ich hier rüber in die Ansicht rechts und mache das etwas raffiniert mit Kurve, Bogen, Mitte, Start, Winkel. Ich nehme jetzt einen Bogen mit dem Radius 5, also muss ich hier 5 Millimeter runter gehen. Hier oben ist der Startpunkt und einen beliebigen Winkel. Und jetzt möchte ich, dass dieses Teil, das habe ich vorher schon mal ausprobiert, 9 Millimeter lang wird. Ich blende mal kurz das Grundblech ein, damit ich die Höhe sehe von dem Teil. Also, jetzt mache ich eine Linie von hier auf diesen Bogen. Aber das muss ja tangential angelegt werden, nicht irgendwie. Also gehe ich hier auf Tangente, rechte Maustaste. Und hier ist die Tangente. Jetzt kann ich den Bogen und die Linie verbinden, indem ich auf Kurve gehe, Kurven verbinden. Diese Kurve mit dieser Kurve. Wunderbar. Jetzt kann ich diese Kurve noch verlängern. Kurve verlängern mit Linie. Und jetzt werde ich dieses Gebilde hier, diese Kurve entlang führen. Volumenkörper. Planare Kurve extrudieren. Das ist ja eine planare Kurve hier. Entlang dieser Kurve. Kurve zum Extrudieren wählen. Return. Pfadkurve. Nahe Start. Also hier anklicken. Und schon habe ich dieses Teil fertig. Blende mal schnell das Grundblech wieder aus. So. Und so schaut das jetzt aus hier. Wenn ich das jetzt hier auf mein Grundblech setze, dann habe ich noch keinen Ausschnitt hier. Ich brauche ja einen Ausschnitt, wo die Luft raus kann. Und das mache ich mit einem Abzugkörper. Und den bilde ich folgendermaßen. Kurve. Kurve aus Objekten. Kante duplizieren. Diese Kante dupliziere ich. Return. Und jetzt Kurve. Bearbeitungswerkzeug. Kurve schließen. Jetzt habe ich eine zweite Kurve, die ich dieser Pfadkurve entlang ausdehne. Die Ebene Kieme legen und ausblenden. So. Die Linien in die Ebene Hilfslinien legen und ausblenden. Jetzt habe ich nur noch diese Linie, die meinen Abzugkörper bilden soll. Da mache ich das gleiche wie vorher mit dem anderen Teil. Volumenkörper. Planare Kurve extrudieren. Entlang der Kurve. Also das wählen. Entlang dieser Kurve. So. Das ist jetzt der Abzugkörper. Mit dem ich den Schlitz, also die Schlitze in das Grundblech mache. Die Hilfslinien kann ich jetzt auch wieder in die Ebene Heli legen. So. Jetzt habe ich nur den Abzugkörper. Und den lege ich in die Ebene Abzug. So. Und kann den auch ausblenden. Wunderbar. Jetzt könnte ich anfangen. Grundblech zeigen. Und darauf jetzt die Kiemen setzen. Ich möchte aber ganz gerne hier diese Außenkante verrunden. Und wenn ich das jetzt nachträglich mache, wenn die Kiemen hier angeordnet sind, dann muss ich das bei jedem einzelnen Teil machen. Und das sind dann, was weiß ich, 18, 20 Teile möglicherweise. Und das ist viel Arbeit. Darum mache ich folgendes. Ich setze jetzt diese Kieme auf ein kleines Grundblech. Auch 2 mm hoch, aber ganz klein. Und ordne das dann mitsamt dem Grundblech an, nachdem ich hier die Verrundung gemacht habe. Also Grundblech ausblenden wieder. Und hier mache ich dann ein kleines Grundblech drum. Dann fange ich hier an. 9 mm ist das. Also mache ich das 11 mm. So. Und das mache ich 2 mm hoch. Volumenkörper. Planare Kurve extrudieren. Gerade. Kurve zum extrudieren wählen. 2 mm. Wunderbar. Jetzt markiere ich dieses Teil und ziehe das Grundblech davon ab. Volumenkörper. Differenz. Und jetzt kann ich das untere Teil hier löschen. Und die 2 Teile miteinander verbinden. Volumenkörper. Vereinigung. Zack. Diese Kurve kann ich auch noch löschen. Das stört nur. Und jetzt habe ich hier dieses Teil, wo ich jetzt hier die Rundung mache. Die mache ich auch deswegen, weil ich euch da was zeigen kann. Und zwar Volumenkörper. Verrunden. Kante verrunden. Die wähle ich jetzt. Wunderbar. Jetzt verrunde ich das. Toll. Aber ich sehe jetzt hier. Hier ist die Rundung viel stärker ausgeprägt. Als hier in dieser Neige. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Ich lösche das wieder. Mit STRG Z. Und sage Volumenkörper. Verrunden. Ich hätte auch einfach nur Return machen können. Dann kommt der alte Befehl ja wieder. Gehe hier hin. So. Und jetzt sehe ich hier oben einige Möglichkeiten. Griff hinzufügen. Das wähle ich jetzt hier. Und hier unten wähle ich den Objektfang Knoten. Mit der rechten Maustaste. Und jetzt werde ich einmal, zweimal und vielleicht noch hier jeweils, wo die Radien aufhören, einen Knoten setzen. So. Und jetzt kann ich diese Knoten wählen hier. Und vergrößern oder verkleinern, also verändern. Zwei. Und die mache ich mal mit 1,2. Also ein klein wenig größer noch als 1,2 mm. Und jetzt Return. Und schauen wir uns das mal an. Wie das jetzt ausschaut. Na. Jetzt schaut es einigermaßen schön aus. Und so lassen wir das jetzt auch. Und jetzt sehen wir natürlich, dass hier vorne noch eine kleine Fläche fehlt. Hier auch. Und das machen wir folgendermaßen. Markieren wir das Ganze und sagen, Volumenkörper, Deckfläche auf planare Öffnung setzen. Und jetzt haben wir hier eine Deckfläche drauf. Und das mache ich noch vorsichtshalber mal verbinden. Naja, ist schon verbunden. Analysieren. Diagnose überprüfen. Das Objektflächenverband ist gültig. Okay. Jetzt können wir diese Teile anordnen. Jetzt müssen wir allerdings, bevor wir das verschieben und anordnen, unser Abzugteil aktivieren. So. Und das zusammen verbinden. Sonst wird ja nur diese Kime hier verschoben. Also gehe ich auf Bearbeiten, Gruppen, Gruppieren. Jetzt ist es zusammen. Kann man das zusammen verschieben. So. Und jetzt gehe ich hierher, blende mein Grundblech ein und verschiebe das, wohin ich das haben will. Also mal minus 25 auf die linke Seite und nach oben. Naja, lassen wir es mal so. Das kann man immer noch anschließend verschieben. Jetzt ordne ich das mal an mit dem Befehl Transformieren. Anordnen, anordnen, rechtwinklig. Die Anzahl in der X-Richtung ist 2, weil ich das hier auch nochmal haben will auf der rechten Seite. Also 2. Anzahl in der Y-Richtung habe ich ausgerechnet, das sind 8. Ich nehme nämlich diese Höhe von 9 Millimeter und nehme 3 Millimeter Zwischenraum bis zum nächsten Teil. Das sind dann 12 Millimeter. 12 mal 8 sind 6 und 90. Dann bleiben bis 110 2 mal 7 Millimeter. Also oben und unten jeweils 7 Millimeter. Nicht ganz, weil ja einmal der Zwischenraum wegfällt. Also 8,5 Millimeter. Gut. Aber Anzahl in Y-Richtung 8. Und übereinander brauchen wir es gar nicht, also nur einmal. Jetzt den X-Abstand, der ist 50 Millimeter. Und der Y-Abstand, wie gesagt, ist 12 Millimeter. Minus 12, weil wir ja nach unten versetzen. Also minus 12. Und Return. Wunderbar. Ich glaube, das können wir so lassen. Genau, es ist noch etwas zu weit oben. Wir schieben es noch einen Millimeter nach unten. Und da kann ich gleich noch einen weiteren Effekt zeigen. Diese Verschiebung mit diesen Pfeiltasten. Und da gehen wir mal auf Ansicht. Anzeige Optionen. Dann hier unten Modellierhilfen. In Intervallen verschieben. Verschiebungstasten ist die Alt-Taste plus die jeweilige Pfeiltaste. Dann schauen wir mal. Die Verschiebungslänge ist 0,1 Millimeter. Wenn wir die Alt-Taste dazu drücken und die Pfeiltaste. Wenn wir zusätzlich die Steuerungstaste noch drücken. Also diese Alt-Taste, Steuerungstaste und eine Pfeiltaste. Verschieben wir es um 0,01 Millimeter. Also ein Hundertstel. Kann ich jederzeit ändern auf, sagen wir mal, ein Tausendstel. Und die Alt-Taste und die Umschalt- oder beziehungsweise Shift-Taste plus eine Pfeiltaste ergeben 1 Millimeter Verschiebung. Das kann ich zumachen und markiere mal meine Teile hier und verschiebe die mal mit der Alt- und Shift-Taste um 1 Millimeter nach unten. So. Jetzt werde ich diese Kiemenbögen auf die Grundfläche setzen und verbinden. Und da muss ich aber jetzt die Gruppierung aufheben. Gruppierung auflösen. So. Sonst verbinde ich ja auch diese Abzugteile mit der Grundfläche. Und dann kann ich sie nicht mehr abziehen. Schauen wir mal. Jetzt kann ich die Abzugteile ausblenden. Und die anderen Teile miteinander verbinden hier. Das geht Volumenkörper, Vereinigung und schon sind die Teile mit dem Grundblech vereinigt. Jetzt ziehe ich die Abzugteile ab, indem ich das hier wähle und sage Volumenkörper Differenz. So. Und jetzt muss ich die Abzugteile alle auswählen. Erstens mal blende ich die wieder ein. Dann kann ich die hier mit der linken Maustaste von rechts alle wählen. Ich kann aber auch hier unten hingehen und kann sagen Objekte auswählen, Abzug, Objekte auswählen. Und jetzt Return. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, hat er viel zu rechnen. Hervorragend. Jetzt kann ich die Abzugteile wieder ausblenden. Und wir sehen, das Teil ist an und für sich fertig. Jetzt machen wir noch folgendes. Da kann ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit zeigen. Vielleicht sogar einen kleinen Fehler des Programms. Ich werde jetzt diese vier Löcher senken, damit wir eventuell auch Senkkopfschrauben dahernehmen können zur Befestigung. Also, Volumenkörper, Kanten verrunden, Kante, Phasen. Gehen wir mal auf 1,5 Millimeter und wählen die Kanten aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und jetzt senken, wunderbar, sollte man meinen. Aber wenn wir jetzt genau hinschauen, hier oben, dann sehen wir, dass von diesen Teilen die Flächenecken noch in die Senkung hineinschauen. Und das müssen wir beheben. Wie geht das? Ich kann das nicht einfach löschen. Ich muss das vorher folgendermaßen machen. Ich gehe nochmal zurück. STRG, RETURN, also STRG, Z. So. Und jetzt sage ich, verbinden. Bearbeitungswerkzeug für Volumenkörper. Seiten. Alle Flächen vereinigen. Wir sehen ja jetzt, dass diese Flächen noch separate Kanten haben. Also, die sind noch nicht mit der Oberfläche dieses Grundbleches vereinigt. Also machen wir das jetzt alle Flächen vereinigen. Und das dauert jetzt ziemlich, weil da hat er viel zu rechnen. So, jetzt dürft ihr es aber gleich haben. Und jetzt sehen wir hier, dass das eine Fläche ist. Dass das keine separaten Flächen mehr sind. Und jetzt kann ich Volumenkörper, Kanten verrunden, Phasen. Ich habe noch die 1,5 mm hier stehen. Gehe mal wieder auf Perspektive hier. Wähle ich die Kanten wieder. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Return. Und jetzt sehen wir, jetzt stimmt das. Ja, wunderbar. So sieht das Teil jetzt aus. Ich kann dem Teil natürlich jetzt noch eine Farbe geben, indem ich das Teil wähle. Und hier oben auf Eigenschaften klicke, rechts auf diese Farbtube. Objekt auswählen. Habe ich ja gewählt. Und jetzt gehe ich auf Farbe. Und wähle irgendeine Farbe. Hier zum Beispiel. Und dann kann ich da noch einen Glanz einstellen. Es ist noch etwas zu hell. Warum ist es etwas dunkler? So. So schaut es jetzt aus. Wenn ihr das Teil jetzt ausdrucken wollt in einem 3D-Drucker, müsst ihr das in einem entsprechenden Format abspeichern. Das heißt, ihr müsst es exportieren. Also erstmal wählen. Dann exportieren. Und dann sagen wir einfach, nur einfach mal, um dem einen Namen zu geben, Teil. Und dann suchen wir hier das Exportformat. Da ist STL. So. Und jetzt kann ich das abspeichern und kann das ausdrucken. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Klaus Und jetzt kann ich das. Also. Ich bin bei mir.